Wir haben versucht, die Atmosphäre in diesem Stadion hier, die schon etwas Spezielles und Besonderes ist, aufgrund der Akustik, aufgrund der Lautstärke, bei uns zu simulieren. Wir haben gestern unter einer gewissen Lautstärke trainiert im Stadion, so gut es ging. Wir haben Heimspiele von Gala gesehen auf Videotape und da haben wir Sequenzen herausgeschnitten. Und die dann über die Lautsprecher eben im Stadion platziert. Wir hatten ja im Stadion trainiert und wo dann der Einspieler kam, dachten wir alle, das Stadiondach würde zuerst aufgehen. Also wir haben mit der CD nicht gerechnet, aber es war gut, das kennenzulernen. Es war ein bisschen unangenehm nach einer Zeit. Das hat uns gut vorbereitet oder bereitet uns gut vor auf das, was auf uns zukommen wird. Und ich glaube, hat jeder mal einen ersten Eindruck gekriegt, wie das morgen hier abgehen wird. § Untertitelung des ZDF, 2020